. 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 Und das ist schon sehr stark gespielt von Thomas Schilacher-Bosch in Ingwer. Liest die Aufschläge viel besser als den meisten anderen Gegner von Gitter, David. Noch ein Satzball, Peter, David, noch eine Kniebeuge. Okay, Peter. Applaus Letztendlich hat er verdient. Jetzt muss ich einfach so sagen. Er war der bessere Spiel. Außen ist Spielstatt 2 zu 2, eine Viertelstunde um halb drei, vier, vier, zwei. Tag der Weihe. Herr Stadträt, ich begrüßen. Es ist die schöne Frau hier neben mir. Die Moni Stanze. Schön, dass du da bist, Marie. Und ein Ex-Stadtrat, darf ich auch begrüßen. Kotti Stur, muss ich auch dabei. Das war schon mal ein Stadträt von Lieberstein. Ja, wir brauchen die Brüder. 2. Wöhn Wintersen und machte die Brüder. 3. Verketsen.